recht herzlich willkommen zur 36. folge von avorion wir haben letztes mal hier den auftrag abgegeben können ja noch mal reingucken ob die da was haben für uns aber letztes mal war da ja nichts im schwarzen brett ist jetzt auch nichts ja da müsste man schauen ob man woanders was findet was lukrativ ist und was es bringt schwarzes brett hier kein auftrag so da rechts sind die tore da oben ist noch ein tor da auch das haben wir doch hier unten müsste noch mal sein da sind noch welche handelsposten der was auf dem schwarzen brett nein ist dann noch um ja da ist noch ein handelsposten so jetzt müsste man den natürlich nur erreichen oder ich glaube ich krieg da immer nur das nächste tor jetzt habe ich es geschafft schwarzes brett nix also hier gibt es nichts mehr dann lass uns mal auf der karte gucken wo wir dann hinfliegen da sind wahrscheinlich die zwei roten tore da lang ich glaube wir fliegen dann weiter hierher das ist das west das südwesttor müsste das sein fliegen wir da mal hin und dann schauen wir mal wo wir da rauskommen das hat wieder gut geklappt ja kein tor reparieren wollen wir gleich schon mal obwohl ich glaube nichts kaputt gegangen ist aber wie wir da sehen hat es geklappt so hat gestimmt so das bedeutet jetzt zum nächsten tor hier war ja nichts besonderes glaube keine credits torgebühr bezahlt interessant fliegen wir durchs nächste tor durch hier ist ja nichts in diesem sektor ne nur so ein zwischensektor und dann sind wir da so und hier sieht es schon anders aus direkt vor uns ist gleich schon was und die brauchen ressourcenknappe 190 energiezellen und die müssen wir irgendwo weg haben wo kriegen wir energiezellen weg das ist die frage plasma zellenfabrik das war jetzt die plasma zellenfabrik ok ressourcen depot edelstahl min kupfer und da ist es auch nicht energiezellen gibt es hier nirgendswo energiegeneratorfabrik vielleicht wäre es da ich weiß es nicht ich weiß auch gar nicht was wir auf unserem schiff haben ne sauerstoffat 9 und nanobots achso das sind die verhältnisse zu den anderen dann schauen wir mal hier rein da ist es nämlich oder wir haben sauerstoff und arznei waren gerade mal 8 sauerstoff haben wir 150 dabei wohl dann gucken wir mal hier rein kein auftrag da unten ist ein tor da rechts ist noch was leiterfabrik ressourcenknappheit 100 zink ok die haben keinen auftrag die haben wir gerade abgefrühstückt die waren wir auch und die hatten wir auch ne ja da war nichts ich weiß nicht ob wir die schon angeklickt haben das wären wenn die einzigsten ach das war der wasserstoff ok ich weiß aber nicht wo ich den wasserstoff herkomme bekomme und deswegen das war verkehrt gehen wir in die map rein da sind lauter edelmetallminen jetzt neu war ein fabrikio viel range ressourcendepot lass mal gerade noch mal gucken hier wir wollten die band von dem wasserstoff haben 100 ja ich denke wir fliegen einfach zum nord west tor weiter wo finden wir das da ist irgendwo das tor was ist das jo lass uns dahin fliegen weil kämpfen möchte ich jetzt gerade nicht und die sind da auch in der übermacht wie man sieht ist nur ein roter da unten sind zwar nur drei mehr aber das wird schon werden schauen wir mal zu dass wir hier weiter kommen gut edelstallmine edelmetallmine nicht edelstallmine die brauchen 100 arznei waren ach da haben wir da könnte man richtig belohnung machen ne tja und die kriegten wir wo da das heißt wir wollten die nochmal haben 100 der bonus der lohnt sich ne wir müssen nur 100 stück kriegen erstmal 100 arznei waren 100 arznei waren und wir müssen durch welches tor das da wahrscheinlich südwest tor war es ne jo dann fliegen wir doch da mein so und dann müssen wir hier die fabrik finden vier vier ok gaskollektor kristallfarm da oben ist nur eine arznei waren fabrik gucken wir mal die hat keinen auftrag und arznei waren gibt es hier und auch genug gut das bedeutet wir gucken mal zu dass wir da andocken und ein paar davon kaufen ne da sind die docking möglichkeiten nehmen wir die da oben nehmen wir 200 mit 176 mehr kann ich mir nicht leisten die nehmen aber trotzdem weil dort reicht ja dann ne gut das können wir hier was verkaufen zink wollen die haben wenn aber das brauchen wir jetzt nicht zum tor zurück dann können wir in dem anderen sektor die dingens annehmen die den auftrag und dann haben wir richtig kohle gemacht ne die arzneimittel das ist schon richtig was was sich lohnt zu machen ne so in dem gewirr müssen wir jetzt nur die richtige finden ne das ist ein transporter da unten das ist die kopf-familie aber die wollten das nicht ne doch die wollen das akzeptieren obwohl ich weiß nicht ob die das waren aber die nehmen wir jetzt erstmal ne das könnte sogar sein dass die das waren weil das war so ein direkter weg zum tor ne hier muss man so ein bisschen gucken wo man lang fliegt weil hier so ein paar astroiden doch sind so kann man da ducken da überall hier geht es auf jeden fall f die 100 liefern war und erledigt so aber stopp was mir jetzt ein bisschen komisch vorkommt wieviel haben wir jetzt 554 504 der bonus der da angezahlte belohnung die da steht die ist gleichzeitig schon der preis hinbegriffen oder was jetzt habe ich 150 ne noch nicht mal 80 mehr gemacht dann bringt mir das doch alle gar nichts hm so die haben nix ne genau güter verkaufen güter handeln hier gibt es jetzt kupfer wie groß ist denn unser laderaum eigentlich frachtraum 399 ja den müssten wir dann noch riesig ausbauen um mehr mitnehmen zu können ne da vorne ist auf jeden fall titanium jetzt sollten wir das mal abbauen ne ne 2 war glaub der aber das ist nur wie die war war hier ist es sehr ist nicht Warte mal. Irgendwas passt da nicht, ha? Bergbau 2,9. Also der wärs jetzt hier. Dürfen wir nicht, weil wir da schon einen sitzen haben. Aber wieso funktioniert der nicht? Maschinengeschützturm. Exotisch. Zweimal. Abwrackgeschützturm und Doppel-Eisenbergbaugeschützturm. Der ist auf der 2 liegend. Funktioniert aber irgendwie nicht. Wieso funktioniert der nicht? Wieso können wir nicht schießen? Die Gruppe haben wir jetzt auf die 2 wieder. Meine Maustaste will jetzt aber nicht. Tja. Spielmenü. Steuerung. Tastaturbelegung. Primärfeuer, linke Maustaste. Schließen. Zurück zum Spiel. Warum möchte der nicht schießen? Der geht. Der 2er geht nicht. Der 3er geht. Der 2er will nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktionieren tut. Gehen wir nochmal ins Baumenü. Wählen wir mal gerade. Ich glaube der ist das. Entfernen wir den gerade. Und dann wählen wir den nochmal aus. Doppel-Eisenberg, da ist es. Ah, da ist einer zu viel. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Jetzt geht er auch. Da, sieh her. Das muss im Dom auch gesagt werden. Achso, jetzt müssen wir es noch zuordnen. P. 2. Läuft dann. 2 ist aktiv und er baut ab. Das, was wir wollten. So einfach kann die Welt sein. Warum aber jetzt einer mehr drauf war. Und dann... Ah, ich weiß warum. Wir können definitiv hier... Oben nochmal ins Schiffsmenü. Und hier werden wir sehen, dass wir noch einen Slot frei haben. Oder auch 2, die wir nicht benutzt haben. Weil wir hier... So ein Kontrollsystem hatten, ne? Ok. Hier haben wir schon Batterie Upgrade, ne? Und da haben wir noch eins. Dann pack das doch mal da rein, oder? Wenn wir das rausnehmen... Ja. Das kostet uns ja auch nur... ...ein Plus an Batterien, oder? Okay. Können wir erstmal lassen. Ist erledigt und... Jetzt können wir erstmal hier abbauen, ne? Gut. Aber... Das denke ich mal... Machen wir... Offline. Und... Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Please. Morris.